Herzlich willkommen zu einem weiteren Review von Top Trends. Nähmaschinen von Singer sind für ihre erstklassige Qualität und Langlebigkeit weltweit bekannt. Die Singer Heavy Duty 4423 Nähmaschine ist keine Ausnahme und bietet beeindruckende Funktionen und Leistung für professionelle Näharbeiten. In diesem Video werden wir die verschiedenen Aspekte dieser Nähmaschine untersuchen, von ihrer robusten Bauweise bis hin zu den zahlreichen Stichprogrammen und zusätzlichen Funktionen die sie dir bietet. Also, lass uns ohne weitere Verzögerung direkt anfangen. Die Singer 4423 Nähmaschine ist ein echtes Arbeitstier, das durch ihr robustes Erscheinungsbild und den stabilen Metallinnenrahmen beeindruckt. Diese Konstruktion gewährleistet Langlebigkeit und Stabilität, wodurch sie sich ideal für anspruchsvollere Projekte eignet. Darüber hinaus verfügt die Nähmaschine über eine rostfreie Stahlbodenplatte, die ein reibungsloses Gleiten des Stoffes ermöglicht und dir ein erstklassiges Näherlebnis bietet. Die Singer 4423 ist mit einer breiten Palette von Funktionen ausgestattet, die das Nähen für dich erleichtern. Die Maschine bietet insgesamt 23 integrierte Stiche, darunter Basisstiche, Stretchstiche, Dekorative Stiche und Knopflochstiche. Mit dieser vielfältigen Auswahl an Stichen bist du in der Lage, eine Vielzahl von Projekten umzusetzen, sei es Mode, Heimdekoration, Steppdecken und vieles mehr. Egal ob du ein Anfänger oder ein erfahrener Näher bist, die verschiedenen Stichoptionen werden dich begeistern. Bemerkenswert ist der automatische Nadeleinfädler. Du kennst das Problem sicherlich, das Einfädeln des Garns kann eine mühsame Aufgabe sein. Aber mit der Singer 4423 gehört das der Vergangenheit an. Folge einfach dem auf der Maschine angegebenen Einfädelweg und die Nadel wird mühelos eingefädelt, ohne dass deine Augen überanstrengt oder deine Geduld strapaziert wird. Dies ist besonders hilfreich für Personen, die Schwierigkeiten mit dem manuellen Einfädeln haben. Die Singer 4423 ist zudem eine Nähmaschine mit hoher Geschwindigkeit. Mit einer beeindruckenden maximalen Nähgeschwindigkeit von 1100 Stichen pro Minute kannst du deine Projekte schnell und effizient abschließen. Der Motor der Maschine ist um 60% stärker, was zusätzliche Durchstichkraft bedeutet und es dir ermöglicht, auch dicke Stoffe mühelos zu nähen. Ganz gleich ob du leichte Baumwollstoffe oder schwere Denimstoffe vernähst, die Singer 4423 gleitet problemlos durch sie hindurch. Beim Kauf der Singer 4423 Nähmaschine erhältst du eine Vielzahl von Zubehörteilen, die dir den Einstieg erleichtern. Im Lieferumfang enthalten sind unter anderem ein Allzweckfuß, ein Reißverschlussfuß, ein Knopflochfuß, ein Knopfannähfuß, ein Schraubendreher, eine Packung Nadeln, Spulen, eine Fadenablaufscheibe, ein Aufspuler, ein zweiter Garnrollenstift und eine Staubschutzhöhle. Mit diesem umfangreichen Zubehör bist du bestens ausgestattet, um verschiedenste Nähprojekte umzusetzen. Die Singer 4423 Nähmaschine beeindruckt mit ihrer robusten Bauweise, ihrer starken Motorleistung und ihrer Vielzahl an Stichen. Sie eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Näherinnen und Näher, die nach einer zuverlässigen und langlebigen Nähmaschine suchen. Die hohe Nähgeschwindigkeit von 1100 Stichen pro Minute ermöglicht ein schnelles und effizientes Arbeiten, während der automatische Nadeleinfädler das lästige Einfädeln der Nadel erleichtert. Die Vielzahl an integrierten Stichen bietet eine große Auswahl für verschiedene Nähprojekte. Zusätzlich bietet die Singer 4423 ein umfangreiches Zubehörpaket, das dir den Einstieg erleichtert und dir die Möglichkeit gibt, sofort mit dem Nähen zu beginnen. Insgesamt empfehlen wir die Singer 4423 Nähmaschine aufgrund ihrer robusten Konstruktion, ihrer Leistungsfähigkeit und ihres umfangreichen Zubehörs. Sie ist eine großartige Wahl für alle, die Wert auf Qualität und Vielseitigkeit legen. Bei Amazon erreicht die Singer Heavy Duty 4423 eine Kundenzufriedenheit von 4,6 von 5 möglichen Sternen, bei über 18.000 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 249 Euro. Das war's mit unserem Video über die Singer Heavy Duty 4423 Nähmaschine. Du kannst sie dir genauer ansehen und den aktuellen Preis prüfen, wenn du am besten sogleich auf den angegebenen Link unterhalb dieses Videos klickst. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast und wir hoffen, dass wir dir bei deiner Entscheidung die Singer Heavy Duty 4423 Nähmaschine zu kaufen helfen konnten. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zur Nähmaschine von Singer haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen, dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem wann du das Video schaust. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.